Tanja Sondre, großen Applaus für zwei Jahre waren sie noch zum ersten Mal hier. Ich bin gleich schon zum dritten Mal. Let's go! Ich möchte sagen, wir brauchen noch ein bisschen der Harald Stimme. Ich möchte sagen, wir brauchen noch ein bisschen der Harald Stimme. Wenn ihr habt, wir kommen noch das mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.